Hallo zusammen, hier ist wieder der Otschela und freut mich wieder für euch in Battle for S. Rotten Rigs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so eine kleine Folge von meiner Videoserie Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und ich war die letzte Zeit wieder fleißig, hab das Internet durchsucht nach bestimmten Collectible Items, die ich noch brauche. Und bin fündig geworden, hab eine Auktion gefunden, die mich angesprochen hat, die noch einigermaßen im preislichen Rahmen war. Und ja, eigentlich wollte ich ja, wie ihr wisst, die letzten drei TCG-Mounts über Goldmeer spielen. Aber wie gesagt, diese besagte Auktion hat mich dann angelacht. Ich dachte mir, komm, da investierst du jetzt mal rein, schaust mal, bietest mal ein bisschen mit. Und ich hab tatsächlich gewonnen. Und zwar hab ich aus Argentinien importiert, das hat auch ein bisschen gedauert, einen Hypogreifen, und zwar einen verderbten Hypogreifen. Und ja, den werden wir jetzt gleich mal lernen. Und dann gucken wir uns nur an, was ich so brauche. Und dann zeige ich euch auch noch mal ein paar Quellen, beziehungsweise, ja, so allgemein, was ich jetzt nur offen hab. Ich hab da auch so eine kleine Tabelle mit Preisen und sowas mir zusammengebastelt. Also, verderbte Hypogreifen, ich würde sagen, wir lernen ihn. Also, das Item könnte ich jetzt theoretisch auch ingame verkaufen, machen wir aber nicht. Ihr seht schon hier, regionaler Marktwert, Durchschnitt ist Goldcap. Das Ding wird für ein bisschen mehr als Goldcap tatsächlich im Moment verkauft. Das ist eins der teureren TCG-Mounts, würde ich jetzt mal so sagen. Verderbte... So. Hä? Hab mich verschrieben. Moment. Verderb... Irgendwie finde ich ihn jetzt. Ah, ich hab das T vergessen. Ah, da haben wir einen verderbte Hypogreif. So. Da ist der... Ich hab mich extra hier hinbegeben, in die Zangermarschen. Da gibt's nämlich die Fraktionen mit, ähm, ja, hier Zückel des Szenarios oder die Expeditionen des Zückelszenarios. Die haben ähnliche so Greifen, also thematisch passt das, denke ich, mal ganz gut. Und, ja, ist ein Greif so ein bisschen dunkelgrüner gehalten, beziehungsweise mit leuchtenden Augen, macht schon was her. Ich bin jetzt nicht, um ehrlich zu sein, der allergrößte Greifenfreund, aber so für einen Greifen ist es auf jeden Fall ein schickes Mount. Und natürlich hab ich damit wieder eins mehr in der Sammlung. Und, ja, ich würd sagen, wir gucken jetzt mal rein, was mir noch so alles fehlt, beziehungsweise schauen wir erstmal, jetzt bin ich bei 611 Mounts. Vielleicht, wenn das Video rauskommt, bin ich schon bei 612. Ich bin ein bisschen am Vorproduzieren im Moment. Denn, ich hoffe doch, ich hoffe doch, dass ich bis dahin endlich mal in einem von den Jaina Runs hier, äh, noch den, ähm, ja, das Mount von Jaina bekomme. Also hier diesen Wasserelementar oder Eiselementar, besser gesagt. Aber mal gucken. Schauen wir mal, ob ich dann schon bei 400, äh, bei 612 bin. 400 wäre schlimm für mich zumindest. So, jetzt schauen wir mal rein. Und zwar, das ist die Tabelle, die zeige ich euch gleich noch. Als erstes schauen wir jetzt mal bei der Simple Armory rein. Und zwar da unten, äh, hab ich meinen Charge schon geladen. Da sind die ganzen Mounts, die, äh, quasi im TCG-Bereich sind. Und ihr seht, da sind im Moment noch 3 offen. Einer von diesen dreien ist halt hier Corrupted Typograph, also der, den ich mir eben geholt hab. Und jetzt sind's noch 2, einmal Magic Rooster Egg. Und dann hier der blaue Spektaltiger, den epischen hab ich schon. Und die beiden möchte ich mir über Gold erspielen. Und das wird halt noch richtig teuer. Also, zusammen kannst du rechnen, 40 Millionen. Also, so im Schnitt ist, ist der bei 4, also so 24 hab ich das letzte Mal gesehen. Der hier bei 16. Preise ändern sich wieder. Kann sein, dass sie günstiger werden, kann es teurer werden. Aber das ist auf jeden Fall ein Haufen Holz. Und wer mich so ein bisschen verfolgt, weiß ja, dass ich im Moment ein bisschen am Gold verdienen bin. Die anderen Mounts, was hier noch fehlen, ist hier irgendwie das Mount von der Collector's Edition. Das hab ich irgendwie. Ich pack die Seite mit so Shop-Mounts ein bisschen rum. Bis vor kurzem war der, der Drache auch nicht drin, obwohl ich mit denen schon vor Monaten im Shop gekauft hab. Mal gucken, hier, der wird wahrscheinlich jetzt demnächst auch aktualisiert, hoffe ich mal zumindest, hier auf Simple Armory. Falls ihr das nicht kennt, das ist eine Seite, wo man Mounts, Pets, Toys, ich kann das jetzt hier auch mal zeigen. Ich kann auch Achievements, alles angucken, wie viel ich von was hab und so. Also das ist recht interessant. Vielleicht für den einen oder anderen eine ganz nette Seite. Heißt SimpleArmory.com und da kannst du halt schön sehen, was einem halt noch fehlt, auch mit so Pets und so. Und dann sieht man genau, wo die sind. Und wenn man draufklickt, kriegt man einen WoW-Head-Link quasi und wird direkt zu dem Item gelinkt. Genau, aber das ist jetzt nur hier am Rand. Jetzt gehen wir nochmal einmal zurück auf Mounts. Heißt, hier fehlen mir jetzt quasi noch zwei TCG-Mounts. Das ist Buggy und quasi hier diesen von dem neuen Werb-Dein-Freund, das erst letztens rausgekommen ist. Da muss ich demnächst mal gucken, dass ich mal ein paar Leute werbe oder mir noch einen Account mache oder keine Ahnung. Also da müssen wir mal schauen. Und dann halt noch die drei In-Game-Mounts, die ihr eben gesehen habt. Genau, das ist soweit zu dem Stand, wo wir den Mount sind. Dann können wir gucken, für wie viel ist es, habe ich gesagt, 460 habe ich das Mount mir bei der Auktion geholt. War aus Argentinien und da habe ich ein bisschen mitgeboten, habe es am Ende gekriegt, war dann ganz happy. Denn die Preise liegen tatsächlich höher. Und zwar, wenn man hier reinguckt, das ist eine Seite, WoW Loot Cards heißt die. Und da sieht man immer so ein bisschen, das ist quasi eine Seite, die in 2 US-Dollar, die Preise auf Ebay-Check. Da siehst du immer die günstigsten Ebay-Angebote von den einzelnen Mounts. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier mal auf Magic Rostec oder El Polo Grande, wie es im Spanischen, dann sieht man halt die Auktionen, die gerade drin sind, die Restlaufzeiten. Dann kann man halt immer darüber gucken, muss nicht in Ebay die einzelnen Sachen raussuchen. Das Problem ist, manche von den Sachen werden nur in den USA geliefert, deswegen muss man da einmal ein bisschen gucken. Aber zur groben Übersicht ist die Seite tatsächlich nicht schlecht, um mal so ein bisschen zu gucken, was gibt der Markt im Moment her. Hier ist interessanterweise kein einziges, also ihr seht, hier sind alle Mounts drin, bis auf den verderbten Hypogreifen. Der ist nämlich gerade nicht auf Ebay drin, tatsächlich. Ihr seht hier, not available, ich glaube fast alle anderen Items sind drin. Der ist tatsächlich relativ selten, obwohl er jetzt nie so specialig aussieht. Ja, sieht man, das ist das einzige Item tatsächlich, was es von den TCG-Sachen nicht auf Ebay gibt. Also tatsächlich einigermaßen selten. Und dann ist hier noch eine andere Seite. Die habe ich aber auch schon mal vorgestellt, die heißt kartmarket.com und dann hier bin ich halt auf die deutschen Ableger gegangen. Da gibt es alle möglichen Karten, aber mich interessieren nur die Loot-Karten. Also da gibt es, glaube ich, hier ewig viele so Loot-Karten, Sammeln-Karten-Spiele. Interessiert mich alles nicht. Für mich sind nur die Karten mit Codes interessant. Und da ist der verderbte Hypogreif, wenn man sich so kaufen will, so bei knappen 600 Euro. Also, dass ihr so eine Tendenz wisst. Auf Ebay teilweise bei 700, 800 Euro, wenn er denn drin ist. Hier sind die Dinger meistens relativ günstig, aber ich gucke immer verschiedene Quellen an. Und ja, da bin ich mit 460, denke ich mal, gute 100 Euro drunter. Deswegen habe ich da zugeschlagen und habe es mir jetzt nicht für Gold geholt, weil ich da für mich zumindest eine einigermaßen sinnige Preisgestaltung finden konnte. Genau, soviel dazu. Jetzt kann ich euch endlich meine Tabelle zeigen. Und ihr fragt euch endlich. Ja, ich führe die jetzt schon eine Weile, aber ich habe schon alle Sachen, die ich mir gekauft habe, wieder rausgestrichen. Und dann hättet ihr daran ablesen können, wo ich gerade bin und die nächsten Folgen hervorahnen. Deswegen habe ich es ja noch nicht gezeigt. Das sind einfach so, ich habe eine Tabelle gemacht oder so ein Sheet, sowohl über Items, die ich brauche, über so Durchschnittspreise. Ich habe es nur ein, zwei Mal erhoben, ja. Aber die ändern sich jetzt nicht großartig. Ich habe das ein bisschen verfolgt. Eigentlich hatte ich hier vor, ewig viele Preise und dann so Durchschnitt und solche Geschichten zu machen. Über Items, die ich gekauft habe, die ich über Gold gekauft habe, wo ich dann wieder quasi die Preise genommen habe, wie sie im Moment kosten. Also so hundertprozentig akkurat ist es nicht, sage ich gleich so vorweg. Aber dann kann man so ein bisschen schauen, wo man quasi etwa aufgestellt ist. Genau. Wie habe ich es eingeteilt? Ich habe jetzt, hier oben sind die Sachen, die ich mir noch holen will. Das sind jetzt Mauns, ne. Also hier Spektaltiger und El Polo Grande, also dieses Magic Rooster Egg, der Hahn quasi. Und dann habe ich halt, ja, quasi einmal geschaut nach einem Minimalpreis, Durchschnittspreis, Maximalpreis. Gut, das ergibt sich jetzt aus zwei Werten. Also es ist jetzt nicht so auslagekräftig, aber ich habe immer wieder die Sachen gecheckt und es hat sich jetzt nicht großartig abgeändert. Wichtig ist mir quasi der Minimalpreis, dass ich gucken kann auf anderen Sachen, wenn ich jetzt irgendwelche Items bei Auktionen sehe, dass ich etwa so einen Anhaltspunkt habe. Okay, ist das jetzt ein günstiger Preis dafür oder ist das halt kein günstiger Preis? Dafür habe ich es gemacht, ne. Natürlich, umso mehr Daten man hat, umso aussagekräftiger wäre das Ganze. Genau, den Spektaltiger habe ich jetzt mit knappen 2,5 eingesetzt. Werde ich nicht brauchen. Also das sind die Euro-Preise, ne. Nichts Gold, sondern das ist Euro-Preise, alles, was ich hier angegeben habe. Werde ich nicht brauchen, weil ich habe ja den Epischen schon und deswegen werde ich mir die Karte nicht holen. Ich versuche mir den Blauen über Gold zu holen. El Polo Grande, also das Huhn, das ist im Schnitt so bei 900 Euro tatsächlich. Wobei ich habe, glaube ich, letztens einen für 770, 80 auf Ebay gesehen, meine ich. Da muss ich mal gucken, aber auch den will ich mir für Gold holen. Und alleine das hier wären 3.300 Euro. Das will ich nicht ausgeben. Vor allem hier, ne. Das schreckt halt zurück. Heißt, das wäre, muss ich mal gucken. Ja, mittlerweile bin ich ja schon bei 17, 18 Millionen, wenn das Video rauskommt. Hoffentlich schon gut über 20, hoffe ich mal. Schauen wir mal. Also geht voran, genau. Das soweit von Mounds, was mir noch fehlt. Dann Pads, das kam mir in der letzten Folge so ein bisschen dran. Classic Collector's Edition fehlt mir noch, ganz klar. Ja, dann die Red of the Lich King, dann die zwei Blizzcon Pads. Relativ teuer, also den hier für 400 habe ich den mal gesehen, den anderen für 600. Der ist jetzt seit einem Monat nicht mehr drin bei Ebay. Der ist das Ding von der ersten Blizzcon, 2008 oder so. Oder 5 oder... Also auf jeden Fall erst, ich glaube 2008 war die, aber ich bin mir jetzt nicht mehr und ob... Oder 2006, keine Ahnung. Auf jeden Fall eine ziemlich frühe Blizzcon, die erste. Und dann gibt es noch diesen Tyrael Battle Hilt oder wie das Ding heißt. Das gab es bei irgendeinem Turnier. Also nicht mal bei einer Blizzcon, sondern du musstest auf irgendein extra Turnier gehen. Und nur da hat es den gegeben. Da gibt es nur ganz wenige. Deswegen kostet der absurde Mengen. Alleine dieses eine Pet, 1400 Euro. Ich habe nur eine Auktion gefunden tatsächlich. Vielleicht gibt es das auch ein bisschen, aber über 1000 Zeils auf jeden Fall. Wie gesagt, also die 3K will ich auf jeden Fall nicht ausgeben. Das machen wir über Gold. Die 3K will ich mir holen. Das mal gucken, ob es mal wieder auf Ebay ist. 600, hm, das ist vielleicht ganz am Ende. Das werde ich wahrscheinlich eher nicht holen. Oder vielleicht mal irgendwann, wenn ich irgendwo einen Schnapper finde. Aber, hm. Und dann sind es halt noch die, ähm... Ja, dann sind es halt hier quasi noch ein Haufen Toys, die man über die Kartenspiele bekommen hat. Das sind die ganzen. Da gehen viele, kosten mal 30, 40, 50, 60, 70 Euro. Gibt ein paar teure Postalstunden, kostet halt über 100. Und Dark Portal. Das sieht aber richtig cool aus. Du stellst wirklich als Ruhestein dieses riesige Dark Portal hin. Das sieht cool aus, aber kostet halt auch so, ja... 245 habe ich jetzt in dem Preis rausgekriegt. Das ist teuer. Dann gibt es noch diesen Murloc Suit. Den habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Den gab es bei der BlizzCon 2007. Warte mal, wenn das 2007 war, dann muss das wahrscheinlich das Pad 2006 gewesen sein. Schätze ich mal. Ja, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht genau, ja. Da muss ich auch mal gucken, ob ich mir den holen, ob ich mir den jemals hole. Also, so optional sind tatsächlich Tyrael und, ja, dieses Murloc Suit. Weil die sind auch beide nicht in-game in der Liste drin, tatsächlich. Also, wenn ich jetzt bei Pets gucke, das Tyrael-Pad ist hier nicht drin, ne? Und bei Spielzeugen ist der Murloc Suit hier tatsächlich auch nicht drin. Deswegen muss ich mir da schwer überlegen, ob ich mir die hole. Heißt, ich habe halt, ja, kannst halt hier rechnen, minus 2,1. Dann minus die 3,3. Dann sind wir bei 5, knappen 5,5, die ich mir, also auf jeden Fall nicht über Euro erstmal vorhabe zu holen. Dann sind wir, 6, 7, ja, 2, 4 oder so wird mich der ganze Rest kaufen, den ich vielleicht vorhabe noch zu holen. Naja, mal gucken, über die nächste Zeit vielleicht bis Shadowlands oder so habe ich vor, das Zeug mir so nach und nach irgendwie zu holen. Vielleicht kriege ich ein paar günstige Angebote, ne? Immer dann schlage ich halt zu. Genau, jetzt schauen wir mal, was ich mir bis jetzt geholt habe, beziehungsweise, also ihr seht da sowohl, ich hoffe, ihr habt das jetzt alles gesehen, weil da dieses Cam-Ding immer drüber ist, das ist ein bisschen blöd. Ähm, genau, hier einmal ein bisschen runter, da seht ihr zumindest das. Also, da seht ihr jetzt mal die Sachen, die ich mir jetzt über, ähm, Euronen geholt habe, hier bereits gekauft. Und das ist das halt, was ich quasi mir geholt habe. Also, der Blizzard-Bär, der hat 860 gekauft, dann habe ich diesen Schreiter für 316 gekauft, den Blazing-Hypograph für 300, das war relativ günstig, Armani-Dragon-Hall für 290, den Verderbten-Hypograph für 460. Die waren tatsächlich gut, bis auf den Blizzard-Bären habe ich mir die alle relativ günstig geholt. Viele von denen sind eigentlich gut über 500 vom Preis her, vor allem halt die beiden Hypogreifen, ne? Und dann habe ich mir ja hier, ähm, ein paar Pets schon geholt, die Collectors Edition und dieses eine Toy. Und zusammen habe ich bis jetzt an, an Euros, drei, ein bisschen über 3000 gezahlt für das Ganze. Ja, das ist ein Haufen Geld, ne? Aber es, ja, ich spare es quasi immer dafür, dass ich mir sowas holen kann. Und das andere, was tatsächlich der größte Anteil ist, was ich mir, ähm, Mounts für Gold geholt habe, das ist aber jetzt halt diese ganzen Mounts, die ich mir über die letzten Jahre halt immer mal wieder, wenn ich genug Gold hatte, mir die zusammengekauft habe. Hier Feldrake, der Maltendrake, der Ghost Charger, das weiße Kamel und so weiter, wie sie nicht alle heißen. Und der, ähm, epische Spektaltieger, ich habe den jetzt einfach mal mit 1500 angegeben. Das sind auch eure Preise halt so viele, wie sie jetzt im Schnitt gerade auf Ebay kosten. Das ist natürlich keine genaue Wissenschaft. Das wären alleine 4,870 quasi. Also das sind jetzt grobe Werte, wie gesagt, weil die halt fiktiv sind. Und dann halt die ganzen Pets, ne? Die TCG-Pets, die sind halt alle nicht sonderlich teuer. Also jetzt in Anführungszeichen nicht sonderlich teuer. Das wären halt dann, äh, zusammen hier, ähm, 435. Und dann habe ich mir die ganzen Pets, die ich mir jetzt auch teilweise im Black Market damals gekauft hatte. Oder jetzt das eine müsste hier schon dabei sein. Ah, ne, das ist ja hier dabei, richtig. Ähm, sind auch nochmal 352. Also habe ich hier quasi overall über Gold. Den Wert sind 5.647 Euro. Quasi so Mittelwerte. Und das, was ich wirklich ausgegeben habe, sind halt die 3.000 zusammen. Das, was ich mir bis jetzt geholt habe, sind 8.700, äh, Tacken quasi. Also was es wert wäre. Und ja, nochmal so viel ist theoretisch offen. Aber ich habe ja schon gesagt, welche Sachen ich eher ausschließe. Das ist der Tyrael-Ding, das hier. Und die werde ich mir halt über Gold holen, ne? Na, mal gucken. Irgendwann habe ich es vielleicht alles zusammen. Genau, das sind die Sachen, die ich jetzt euch zeigen wollen würde. Und, äh, die Tipps, die ich euch geben kann, wenn euch sowas das wert ist und ihr da guckt, vergleicht halt die Preise. Also schaut auf mehreren Seiten, macht euch so eine Liste, okay, was kostet wann was. Schlagt nicht sofort zu, sondern beobachtet den Markt halt über eine Weile. Da, teilweise ist es halt echt krass, wie, wie sich die Preise entwickeln, dass eine Weile Sachen halt relativ, relativ teuer drin sind. Und dann man halt so einen Schnapper machen kann bei Leuten, ähm, die auf einmal eine Sache relativ günstig reinstellen, ne? Da muss man halt immer mal wieder reingucken. Und ich check das eigentlich alle paar Tage immer mal wieder. Kostet immer so 15 Minuten, die ganzen Seiten durchzuchecken. Und dann kann man sich teilweise auch ein bisschen was sparen. Genau, das war es jetzt soweit. Ähm, ich hoffe, für den einen oder anderen war es ein bisschen informativ. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne beim nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.